Heute möchte ich euch einen Mann vorstellen, auf den ich das Wort Mensch gar nicht anwenden möchte. Mir fehlen die Worte dazu, aber wenn ich welche hätte, es wären keine guten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Time Story. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, den heutigen Fall möchte ich mit einer Triggerwarnung beginnen. Nein, nicht weil dieser Fall so furchtbar ist. Also, das ist ja definitiv, er ist extrem furchtbar. Aber das ist nicht das, wovor ich euch warnen will. Ihr schaut ja schließlich gerade einen True Crime Kanal an. Ihr müsst wissen, dass euch eine schlimme Geschichte erwartet. Das hier ist nicht der Disney Channel. Die Triggerwarnung ist also hauptsächlich dafür, dass euch der Kragen platzen wird. Der heutige Fall wird euch so extrem wütend machen. Unfassbar wütend. Unmöglich. Sprachlos. Fassungslos. Und wütend. Habe ich wütend schon erwähnt? Heute möchte ich euch Mick Philpott vorstellen. Das ist der Herr hier neben mir auf der Pinnwand auf den Fotos. Und er ist ein wirklich, wirklich übler Kerl. Vom Anfang bis zum Ende. Geboren ist er 1956 in Derby. Das liegt in England. Dort wächst er auch auf. Aber darüber ist sonst nicht wirklich irgendwas bekannt. Also es ist nicht mal wirklich sein Geburtstag bekannt. Das heißt, wir wissen wirklich so gut wie nichts. Und vor allem heißt das, wir wissen nicht, warum er so geworden ist, wie er geworden ist. Die hauptsächliche Geschichte, die hauptsächlichen Informationen beginnen ab dem Zeitpunkt, als er mit 19 die Schule abgeschlossen hat und er dann zum Militär geht. Er bewirbt sich zumindest dafür. Er wird auch angenommen. Schon damals wird er als arrogant beschrieben. Großspurig soll er gewesen sein. Und das war bis zum Schluss. Und schon damals hält er sich für das größte Geschenk an die Welt schlechthin. Außerdem ist er noch ein Choleriker. Er ist aggressiv und schnell gewalttätig. Vor allem wenn es Frauen betrifft oder generell Personen, die halt schwächer sind als er. Da fühlt er sich richtig stark. Ziemlich zeitgleich, als er sich da beim Militär bewirbt und da auch eintritt, lernt er ein Mädchen kennen. Sie heißt Kim Hill und sie ist 15. Also Mick ist 19, sie ist 15. Darüber kann man lamentieren. Ist jetzt erstmal nichts, was mich großartig aufregen würde. Mick ist ihre erste große Liebe und wie wir uns denken können, ist er nicht die beste Wahl. Denn Kim hat ihm nicht viel entgegenzusetzen. Mick kontrolliert, mit wem sie sich trifft, mit wem sie spricht, wie sie sich kleidet, wann sie zu Hause zu sein hat, seine Vorgaben, seine Ansichten. Denn die setzt er zur Not auch mit Fäusten durch, wenn die Worte nicht reichen. Und ja, Kim jung, unerfahren, leicht zu beeinflussen. Sie spurt. Er ist anfangs natürlich nicht oft zu Hause. Er ist ja beim Militär. Also er ist zwar in England stationiert, aber er muss halt trotzdem auf diese Base oder wo auch immer er da ist. Das ist einerseits vielleicht ganz gut für Kim. Andererseits ist er sich aber auch bald sehr sicher, was Kim betrifft. Ständig wirft er ihr vor, dass sie ihn betrügen würde, dass sie fremdgehen würde. Seine Eifersucht, die geht so weit, dass er letztendlich das Militär verlässt, um näher bei Kim sein zu können. Also, um sie besser im Auge zu haben und sie besser kontrollieren zu können. Was mit Schlägen beginnt, wird immer schlimmer. Bei einer Gelegenheit zertrümmert er ihr die Kniescheibe mit einem Hammer. Bei einer anderen schießt er ihr mit einer Armbrust in die Leiste. Zwar, weil er findet, dass sie unangemessen gekleidet ist. Wie jemand überhaupt auf so eine Idee kommt, wie schwer sie dann verletzt ist, sehr gut können wir uns vorstellen. Warum das keine Folgen hat, verstehe ich nicht ganz. Also ich kann es ja manchmal noch nachvollziehen, vor allem wenn so Täter zuschlagen, sodass man wenig sieht oder nur ein paar blaue Flecken sieht, wo man halt sagen kann, gut, ich bin gestürzt, gestolpert, gegen die Tür gelaufen. Aber, naja, eine zertrümmerte Kniescheibe oder ein Armbrustpfeil in der Leiste. Keine Ahnung, wie sie das erklärt. Sie muss ja ärztlich behandelt werden. Aber nun, es scheint niemanden zu interessieren. Es scheint niemanden zu geben, der da irgendwie Einspruch erhält. Es ist eine typische gewalttätige Beziehung. Er misshandelt sie und sie schweigt. Und mehr noch, sie nimmt ihn in Schutz und versucht, seine Taten zu vertuschen, so gut sie kann. Nein, tatsächlich niemand hilft Kim. Also nicht mal, als er ihr ganz öffentlich bei einem Besuch in seinem Billardlokal mit diesem Kö quer übers Gesicht schlägt. Niemand sagt was. Auch die ganzen Anwesenden, also seine Freunde oder Bekannten, die sowieso schon mal nicht, aber auch fremde Leute, die da sitzen in diesem Lokal, ja, keiner erhebt da irgendwie Einspruch. Kim, die ist ja erst 15, die geht noch zur Schule. Und dort erfindet sie Streit und Kämpfe mit anderen Schülern, und zwar um ihre Verletzungen zu erklären. Also sie erklärt, ja, ich habe die blauen Flecken, ich habe die ganzen Verletzungen, ich habe mich mit irgendjemandem auf dem Schulhof geprügelt. Ja, und Kims Eltern, ich weiß auch nicht, die sind da. Warum die nicht eingreifen, warum die nichts merken oder nichts sagen, ja, das wüsste ich eigentlich auch gern. Es ist jedenfalls kein Wunder, dass Mick denkt, der kann sich einfach alles erlauben, weil da ist einfach niemand, der im Grenzen setzt. Natürlich, Kim versucht immer wieder mal, diese Beziehung zu beenden, aber jedes Mal lässt sie sich erweichen. Er heult Korkotilstränen, er verspricht sich zu bessern, sie bleibt bei ihm. Wir haben das alles schon tausendmal gehört. Wir sind jetzt im Jahr 1978. Kim ist jetzt 17 und war zwei Jahre lang mit Michael Philpott zusammen. Aber irgendwann ist es ihr dann doch zu viel. Sie schreibt ihm einen Brief, dass sie ihn endgültig verlassen will und zu ihren Eltern zurückzieht. Als er nach Hause kommt, ist sie also einfach nicht mehr da. Aber es ist nicht so, dass Mick das einfach so hinnehmen würde. Er stalkt Kim, er wartet vor ihrem Haus, er wartet, bis ihr Vater abends zur Arbeit geht, dann wartet er weiter, bis die Lichter ausgehen, er bricht die Haustür auf, er schleicht sich ins Zimmer von Kim und sticht mit einem Messer unermüdlich auf sie ein. Sie wacht natürlich auf, sie beginnt zu schreien, das alarmiert ihre Mutter, die ja auch im Haus ist. Die kommt auch, um ihrer Tochter zu helfen, aber auch auf sie sticht er ein. Er wendet sich einfach um, elfmal sticht er auf die Mutter ein, bis sie bewusstlos zu Boden geht und dann wendet er sich wieder Kim zu. Als er endlich von ihr ablässt, er hat ihr 27 Messerstiche zugefügt, aber dann denkt er, dass sie tot ist. Er schickt sich an das Haus wieder zu verlassen und dort trifft er an der Haustür auf die Polizei. Die Nachbarn haben die Schreie nämlich auch gehört und den Notruf verständigt, die Polizei verständigt und Mick rennt denen quasi direkt in die Arme. Er zuckt nur mit den Achseln, er meint, La Bittar, ja, ihr kommt zu spät, die ist hinüber, das blutverschmierte Messer, das hat er noch in der Hand. Und er lacht. Natürlich wird er sofort festgenommen, Kims Mutter, die hat den Anschlag auch überlegt und obwohl es am Anfang sehr, sehr böse aussieht, siegt auch in Kim der Überlebensgeist und wie durch ein Wunder überlebt auch sie. Es dauert allerdings lange, es kostet viel Energie, es ist eine lange Reha, bis sie wieder einigermaßen auf die Beine kommt, aber zum Glück hat sie diesen Angriff überlebt. Mick Philpott wird angeklagt, und zwar wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und er wird dafür auch schuldig gesprochen. Er erhält eine Haftstrafe von knapp über sieben Jahren. Sieben Jahre für zweifachen Mordversuch? Aber noch besser, nach wenig mehr als drei Jahren wird er wegen guter Führung entlassen. Das alleine reicht schon aus, um mich vor Wut glühen zu lassen. Drei Jahre. Lächerlich. Aber leider endet die Geschichte nicht hier. Diese drei Jahre im Gefängnis haben aus Mick Philpott einen besseren Menschen gemacht. Äh, nicht. Nichts da. Er ist noch genau der Alte, er ist großkotzig, er ist gewalttätig, er ist von sich und seiner Göttlichkeit vollkommen überzeugt. Er ist älter, nämlich ungefähr 25 oder 26 Jahre alt, aber kein bisschen weiser. Nun lernt er eine Frau namens Pamela kennen und die heiratet er auch. Die beiden bekommen drei Kinder zusammen, aber Pamela ergeht es um keinen Deut besser als Kim damals. Also, ich weiß nicht, ich kann ja vielleicht noch nachvollziehen, dass man aus so einer gewalttätigen Beziehung schwer wieder rauskommt. Aber warum eigentlich lasst man sich auf einem Mann an, der wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin im Gefängnis war? Ich frage mich wirklich, ob sie das nicht gewusst hat. Wie wahrscheinlich ist das? Und ja, jetzt kommt mir nicht, mit jeder hat eine zweite Chance verdient und auch ein Verbrecher hat seine Würde und muss mit Würde behandelt werden. Sorry, nein, sehe ich nicht so. Zehn Jahre lang steckt Pamela nun in dieser Beziehung fest und erst dann hat sie, letztendlich muss man sagen, sie hat Glück im Unglück, Mick wird ihrer überdrüssig und er verlässt sie für eine andere. Gut für Pamela, schlecht für Heather. Ja, also Mick ist jetzt 37 Jahre alt und er hat eine neue Frau. Ähm, nein. Ihr Name ist Heather und sie ist 14. Sie ist also eigentlich ein Kind. Und es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass diese 14-Jährige diesem gottgleichen Mann sieht und ihm augenblicklich verfällt. So ist es dann doch nicht. Aber er schleicht sich langsam in ihr Leben ein. Das erste Mal sieht er sie, als er zum Fischen ist. Er ist an so einem See und Heather ist dort mit ihren Freunden. Die hängen dort ab, sind am Baden, schwimmen und hören Musik, was auch immer sie da halt so tun. Und Mick überschüttet sie mit Aufmerksamkeit. Er ist freundlich, er ist großzügig, er versorgt das Mädchen und auch gleich dazu ihre jugendlichen Freundinnen mit Zigaretten, mit Alkohol. Und so gewinnt er langsam aber sicher ihre Gunst. Und natürlich auch die von ihren Freunden. Ich kann mir gut vorstellen, das steht zwar nirgends, aber der bringt ihnen Zigaretten, der bringt ihnen Alkohol. Die werden die Kleine schon ermutigt haben, da freundlich zu ihm sein, damit die guten Sachen weiter fließen. Und sie geht auch zuerst auf diese Annäherungsversuche von Mick nicht ein. Sie sagt Nein zu einem Treffen mit ihm alleine. Aber, naja, manipulieren kann der, wie so viele andere auch. Und vor allem, wenn es sich um so ein junges, unerfahrenes Mädchen handelt. Die Eltern von Heather, die versuchen ihre Tochter natürlich von Mick fernzuhalten, als sie das Ganze mitbekommen. Mehrmals zeigen sie ihn auch an. Sie zeigen ihn bei der Polizei an. Heather ist ja auch minderjährig. Und er hat sie inzwischen dazu gebracht, eine sexuelle Beziehung mit ihm einzugehen. Das ist auch in England strafbar. Aber da passiert nicht viel. Also die zeigen ihn an. Die Polizei nimmt das auf. Aber mehr passiert nicht. Und sie versuchen natürlich auch, den Kontakt zu verbieten, auf sie einzuwirken. Und sie trennt sich auch mehrmals von ihm. Aber irgendwie endet sie dann trotzdem wieder bei ihm. Und das ist einfach ein ewiges Hin und Her. Das geht über zwei Jahre. Heather ist dann 16. Und da beschließt sie endgültig von zu Hause ausreisen. Und sie zieht zu Mick in sein Haus. Dem Berichten nach sieht es ein bisschen so aus, als hätte Mick Heather eine Zeit lang besser behandelt als ihre Vorgängerinnen. Natürlich ist das nicht von Dauer. Und so wird früher oder später auch sie verprügelt und misshandelt. Mindestens fünfmal am Tag soll sie sechs mit Mick haben. Und wenn sie sich weigert, naja, dann nimmt er sich trotzdem, was er haben will. Und sie wird ziemlich schnell schwanger. Insgesamt zweimal. Sie bringt kurz hintereinander zwei Söhne zur Welt. Dass Mick gerne eine Tochter gehabt hätte, das ist für ihn übrigens auch genug Anlass, um Heather mal so richtig zu verprügeln. Er schickt sie außerdem los, damit sie sich einen Job sucht. Er selber verbringt den ganzen Tag vor dem Fernseher. Und das Geld, das sie verdient, naja, das landet natürlich ausschließlich in seiner Tasche. Als Drohmittel setzt er nun inzwischen auch die Kinder ein. Sollte Heather nicht spuren oder gar daran denken, ihn zu verlassen, dann würden das die Kinder nicht überleben, droht er ihr. Er hat auch kein Problem damit, die Kinder sehen zu lassen, wie er Heather behandelt, wie er mit ihr umgeht. Mehr noch, er ermutigt die Kinder dazu, ihre Mutter genauso zu behandeln. Er zieht sie zu absoluter Respektlosigkeit ihr gegenüber. Er bringt sie dazu, sie tatsächlich zu beschimpfen und auf sie einzuschlagen. Also die Kinder, die sind zu diesem Zeitpunkt noch ein sehr klein, drei oder vier. Die können noch keinen wirklichen Schaden anrichten, aber nicht auszudenken, wo das hinführen würde. Außerdem ist das ja eine absolut verrückte Situation. Das geht ja gar nicht. Wie kann man auf so eine Idee kommen? Ich finde das so krass. Das erkennt jetzt aber auch zum Glück Heather. Sie schnappt sich letztendlich die Kinder und flüchtet vor Mick. Sie ist jetzt 20 Jahre alt. Sie hat sechs Jahre ihres Lebens mit ihm verbracht. Und das bedeutet, Mick ist nun 44. Und Heather hat Glück. Es ist ja, wie wir schon gehört haben, keine gute Idee, Mick zu verlassen. Der aber lernt schnell eine neue Frau kennen. Das hält ihn anscheinend davon ab, Heather zu suchen, zu finden, zu bestrafen oder sich weiter mit ihr zu befassen. Die glückliche Neue heißt Mayred Duffy und sie ist 19 Jahre alt. Und alles, was ihr bis hierhin gehört habt, das war quasi die Vorgeschichte. Denn hier beginnt unser heutiger Fall erst richtig. Mayred ist also zumindest schon erwachsen, wenn auch gerade mal eben so. Aber auch sie ist natürlich, sie ist verletzlich. Sie kommt gerade aus einer gewalttätigen Beziehung und sie hat es gerade mal so geschafft, sich und ihr Kind daraus zu befreien. Ja, sie hat einen kleinen Sohn aus dieser Beziehung. Und wie so viele andere gerät sie postwendend an den nächsten brutalen Kerl. Es dauert nicht lange, bis sie mit ihrem Sohn Wayne zu Mick in sein Haus zieht. Neue Frau, alte Geschichte. Auch sie erfährt viel Gewalt und wenig Zuwendung von Mick. Auch sie wird ziemlich schnell das erste Mal von ihm schwanger. Ja, Mick liebt Kinder. Naja, oder vielleicht liebt er das Geld, das der Staat ihm monatlich für Kinder überweist. Jetzt kommt aber ein neuer Aspekt zu dieser Geschichte. Denn Mick reicht diese eine Frau nicht mehr aus. Er ist ja so ein Held. Er schafft auch zwei. Er braucht zwei. Kurz nachdem Mayred bei ihm eingezogen ist, da lernt er Lisa kennen. Lisa ist 16 und auch sie ist schon alleinerziehende Mutter. Auch hier könnt ihr auf dem oberen Fotos Mick sehen mit diesen beiden Frauen. Die rechte ist Lisa und die linke ist Mayred. Und man sieht es ja schon auf dem Foto. Er macht sich gar keine Mühe, Lisa irgendwie geheim zu halten. Sie vor Mayred oder vor der Welt oder vor sonst irgendjemandem zu verstecken. Nein, er entschließt sie. Ich glaube, zum Gegenteil. Er macht das Ganze öffentlich. Er präsentiert das total selbstverständlich. Er sagt Mayred, okay, das ist Lisa. Das ist jetzt meine zweite Frau. Und auch die zieht in das Haus im Derby ein zu Mick und zu Mayred, die zu diesem Zeitpunkt übrigens schon schwanger ist. Aber er setzt ihr einfach mal so eine andere Frau vor die Nase. Und so schwer man sich das auch vorstellen kann, Mayred scheint das zu akzeptieren. Zum einen hat sie natürlich auch gar keine andere Wahl. Vielleicht ist sie sogar ein bisschen erleichtert. Jetzt ist sie nicht mehr alleine mit ihm. Er ist zeitweise anderwertig beschäftigt. Er kann seine gewalttätigen Anfälle auf zwei Frauen aufteilen. Das klingt so krass. Also das sind jetzt auch nur meine Ideen dazu, was die beiden Frauen wirklich denken und fühlen. Das wissen wir natürlich nicht. Und wenn, ich fühlte, wir könnten es echt nur schwer nachvollziehen. Also mir würde es zumindest so gehen. Und natürlich haben weder Lisa noch Mayred irgendwie ein echtes Mitspracherecht in der ganzen Sache. Sie sind manipuliert. Sie sind eingeschüchtert. Und vielleicht denken sie zu dem Zeitpunkt, dass das auch alles für sie okay ist. Also wenn man so ein, zwei Videos anguckt, vor allem sieht man Mayred, Lisa sieht man nicht so oft. Und ja, also die sagt zumindestens, ja, wieso ist alles toll, ist alles super? Ob sie das selber glaubt oder ob sie das einfach nur sagt. Ja, da können wir nur raten. Es passieren allerdings zwei Dinge als nächstes. Wenig überraschend wird auch Lisa sehr schnell schwanger. Und Mick heiratet Mayred. Lisa ist als Brautjungfer hochschwanger mit von der Partie. Es ist einfach eine total groteske Situation. Und nun vergehen mehrere Jahre. Mick, Mayred und Lisa, die leben in trauter Zweisamkeit, nein, Dreisamkeit in dem kleinen Haus mit den drei Schlafzimmern. Neben dem Haus, da steht ein Wohnwagen. Der dient Mick dazu, naja, sich mit seinen Frauen abwechselnd dorthin zurückzuziehen. Ihr wisst schon, damit prallt er auch durchaus in der Öffentlichkeit, jeden Abend einmal die, einmal die. Er hat sich nicht verändert. Er ist nach wie vor brutal, er ist nach wie vor gewalttätig und er hält seine Macht mit Gewalt, mit Manipulation und so einem kleinen bisschen Zuwendung. Beide Frauen müssen sich einen Job suchen. Sie bringen das Geld nach Hause, während Mick auf seinem Hintern sitzt, fernsieht und von sich selbst als großen Macker träumt. Über das Geld verfügt natürlich ausschließlich er. Dafür rührt er im Haushalt und im Kinderzimmer, in der Kinderbetreuung oder so natürlich keinen Finger. Im Zeitraum von fünf Jahren bringt Mayred vier Kinder zur Welt und Lisa drei. Die beiden hatten ja jeweils schon ein Kind, als sie eingezogen sind. Das macht also summa summarum insgesamt neun. Und das ist der Punkt, an dem Mick Philpott tatsächlich ein Stückchen vom Ruhm abbekommt. Wobei, naja, Ruhm kann man es vielleicht nicht nennen. Er erlangt einen kleinen Grad von Berühmtheit, als er nun mit seiner Geschichte zur Presse geht, beziehungsweise zum Fernsehen geht. Und es ist ausschließlich negative Aufmerksamkeit, die er erhält. Das ist ihm allerdings völlig egal. Hauptsache, er ist bekannt und er wird sehr bekannt. Es geht in der Geschichte darum, dass in diesem Haus, in dem sie wohnen, da gibt es ja nur drei Schlafzimmer, es gibt neun Kinder, es gibt drei Erwachsene und alleine schon für die Kinder ist das eine Zumutung. Es ist ein kleines Haus, die Zimmer sind klein und die müssten ja mit Betten vollkommen zugestellt sein. Also Mick sagt, ich brauche ein größeres Haus. Dieses Haus, in dem er wohnt, das ist natürlich nicht seines, sondern das bezahlt ihm der Staat. Und Mick findet jetzt, der Staat sollte ihm ein größeres Haus finanzieren. Genau, er will es natürlich nicht selbst finanzieren, sondern der Staat soll das Gefälligste machen und zwar bitte Dali Dali. Die zuständigen Behörden, die lehnen das ab, jetzt gar nicht, weil sie den Bedarf nicht sehen. Der ist natürlich da, das kann man auch nicht abstreiten, aber es steht halt einfach nichts zur Verfügung zu der Zeit und sie verdrösten ihn so ein bisschen. Also ich glaube gar nicht, dass die sagen, nein, auf keinen Fall, niemals, sondern die scheinen ihm tatsächlich zu sagen, sie müssen warten, bis irgendwo was frei wird. Wir haben gerade nichts. Und das ist der Grund, warum Mick sich an die Medien wendet. Er klagt die Behörden an, alle, die zuständig sind, alle anderen, die nicht zuständig sind, auch gleich mit. Er versucht, mehr oder weniger durch diese Öffentlichkeit, die Behörden zu zwingen, ihm ein größeres Haus zur Verfügung zu stellen. Und die Medien, die bieten ihm da eine ausgezeichnete Plattform. Also es sind natürlich nicht die hochwertigen Fernsehsendungen, die darüber berichten, sondern es sind Talkshows. Also es sind, ihr kennt ja diese Talkshows, die Bewerber, die Kandidaten, wie auch immer man das nennen mag, die ausnutzen, die lassen die nicht gut dastehen. Die machen sie lächerlich, die ziehen sie durch den Dreck und ja, also die kriegen so das Gefühl, ihr könnt hier alle eure Probleme lösen und darüber sprechen und wir bieten euch eine Plattform. In Wahrheit wissen wir ja, die machen natürlich den großen Reibach damit, dass sie Leute quasi auflaufen lassen. Aber wie gesagt, das ist ihm völlig egal. Er fühlt sich wichtig, er genießt die Aufmerksamkeit, die Leute erkennen ihn auf der Straße. Halbengland kennt ihn jetzt, zwar als den Assi, der nicht arbeitet, von seinen Frauen und dem Kindergeld lebt und vor allem der ungeniert gleich mit zwei Frauen lebt. Ich würde mich auch gar nicht wundern, wenn es da nicht den einen oder anderen gäbe, der da sogar ein bisschen neidisch ist. Aber hauptsächlich erntet er Kritik und Verachtung die Leute, die durchschauen ihn einfach, die sehen, dass das einfach nichts mehr als ein Schmarotzer ist und die sind halt nicht alle so leicht zu manipulieren wie junge Mädchen halt. Jeder kennt ihn, aber kaum jemand findet ihn gut. Aber er ist jetzt berühmt. Das alles hilft ihm jetzt nicht weiter. Also gut, es pusht vielleicht sein ohnehin eh schon unendliches Ego noch ein bisschen in die Höhe, aber ein neues Haus bekommt er dadurch nicht. Dafür bekommt er noch ein paar Kinder dazu. Wir erhöhen jetzt auf elf, aber es sind auch schon weitere fünf Jahre vergangen. Also hält sich noch in Grenzen für seine Verhältnisse halt. Wir sind jetzt im Jahr 2012 angelangt. Es ist lange Zeit alles so ein bisschen dahin geplatschert, aber einer dieser beiden Frauen, der reicht jetzt. Lisa beschließt, dieses Kapitel für sich abzuschließen. Sie hat die Schnauze voll. Sie nimmt alle ihre Kinder, es sind fünf, und sie sagt, Mick, sie geht mit denen ins Schwimmbad, machen sich einen schönen Nachmittag, aber sie geht nicht ins Bad mit den Kindern und sie kommt auch nicht zurück. Ja, und Mick, der ist natürlich vollkommen außer sich. Dass er das jetzt nicht besonders gut aufnimmt, wenn man ihn verlasst, das hat sich ja schon früh gezeigt. Er telefoniert Lisa hinterher, er droht ihr, er droht den Kindern, er macht ganz klar, dass sie das noch bereuen wird. Und Lisa macht nun das einzig Richtige, sie wendet sich an die Polizei. Sie erwirkt ein Annäherungsverbot für sich und die Kinder. Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist nun mal das, was sie tun kann, das tut sie. Mick Philpott aber, der sind nach Rache. und in ihm wächst ein richtig, richtig teuflischer Plan. Und der dreht sich darum, Lisa die Kinder wegzunehmen. Es geht natürlich einerseits darum, die Frau zu bestrafen, andererseits kriegt Mick ja auch nicht so viel Geld, wenn die Kinder nicht bei ihm leben. Also es ist so ein, ja, doppelter Plan, mehr oder weniger. Und zunächst versucht er es auf legalem Weg, er startet einen Sorgerechtsstreit, um die fünf Kinder, aber auch ihm ist klar, dass deine Chancen vielleicht nicht allzu hoch sind. Und er beschließt, dann auch Nummer sicher zu gehen. Also er muss dem Gericht beweisen, was für eine furchtbare Mutter Lisa ist und was für ein furchtbarer Mensch sie nicht ist. Und da hat er am 11. Mai 2012 einen Gerichtstermin dafür, also für diesen Sorgerechtsstreit. Und er beschließt am Tag davor, dem Beweis anzutreten, dass Lisa so ein schlechter Mensch ist. Und er hat dabei auch Hilfe. Zum einen natürlich Myred, die immer noch bei ihm ist und zu ihm hält. Und das andere ist ein Freund, der ist bislang in unserer Geschichte noch nicht aufgetreten. Sein Name ist Paul Mosley. Und wenn ich mir irgendwie noch vorstellen kann, wie es vielleicht dazu kommt, dass Myred sich auf die Sache einlässt. Die ist ja schwer beeinflusst. Die steht unter seiner Fuchtel. Wie es dazu kommt, dass dieser Paul diesen Plan mitträgt, das ist mir ein absolutes Rätsel. Das ist mir total schleierhaft, warum der Typ sich darauf einlasst. Naja, lasst mich das jetzt doch noch ein bisschen relativieren. Myred ist natürlich ein Opfer. Sie ist beeinflusst von sehr jungen Jahren an. Sie ist manipuliert. Wir hatten ja auch schon einige Fälle, wo so eine Gehirnwäsche eine Rolle gespielt hat. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch das Video an, das Mädchen in der Kiste. Das ist so ein ganz, ganz klassischer Fall dafür. Aber an diesem Abend wird Myred ihre eigenen Kinder massiv gefährden. Und obwohl sie vermutlich nicht denkt, dass dabei tatsächlich eines der Kinder zu Schaden kommen könnte, passiert genau das. Und das ist alles, was ich dazu jetzt sagen werde. Macht euch euer eigenes Urteil, wie weit sie für euch ein Opfer ist, wie weit sie Täter ist oder ob sie vielleicht genau an dieser Stelle hier vom Opfer zur Täterin wird. An diesem Abend, also es ist der 10. Mai, am nächsten Tag ist diese Gerichtsverhandlung. Da sitzen diese drei zusammen und sie trinken was. Und dann gibt es einen flotten Dreier auf dem Pooltisch. Ja, zu dem Dreier sage ich jetzt gar nichts. Ist mir ehrlich gesagt doch ziemlich wurscht. Wobei, die haben einen Pooltisch im Wohnzimmer. Also ich habe eigentlich gedacht, die haben so wenig Platz, wenn der Raum groß genug für einen Pooltisch ist. Also ich hätte ihn dann irgendwie abgetrennt und noch ein Schlafzimmer draus gemacht. Das wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, oder? Aber egal, das sind Nebensächlichkeiten. Das regt jetzt zu unserem Fall nicht wirklich bei. Denn nach diesem Dreier setzen Mick, Paul und Myred einen völlig periphyten Plan um. Es ist halb vier Uhr morgens, als Mick damit beginnt, Benzin in den unteren Räumen zu verteilen. Er zündet das Benzin an, während im Obergeschoss seine sechs Kinder schlafen. Die drei Erwachsenen verlassen das brennende Haus und Myred ruft von draußen die Feuerwehr. Ihr Haus brennt, sagt sie, und ihre sechs Kinder, die sind noch drin. Inzwischen sind auch die Nachbarn auf das Feuer aufmerksam geworden. Sie kommen aus ihren Häusern. Und zwei Brüder, die nebenan wohnen, die erkennen den Ernst der Lage sofort. Und als sie hören, dass da noch Kinder in dem Haus sind, da tun sie alles, um hinein zu gelangen, um den Kindern irgendwie zu helfen, um die da rauszuholen. Mick steht daneben und schaut zu. Und auf der Rückseite des Hauses, die versuchen überall reinzukommen, da machen sie eine sehr praktische Entdeckung, denn da lehnt tatsächlich schon eine Leiter an der Hauswand. Sie führt zu einem Fenster. Und das Fenster, das ist sogar bereits eingeschlagen. Natürlich versuchen die Brüder jetzt über diese Leiter durch dieses Fenster ins Haus zu gelangen. Sie kommen aber nicht weit, denn überall ist richtig, richtig dicker, fetter, schwarzer Rauch. Sie können nicht mal nah genug an das Fenster ran, um da irgendwie reinzusehen. Sie können sowieso nicht sehen, weil ja alles voller Rauch ist. Und ja, alle ihre Versuche, die scheitern. Auch Mick macht zu diesem Zeitpunkt einen halbherzigen Versuch, die Leiter zu erklimmen. Aber naja, Zeugen sagen später, das hat nicht besonders ernst gemeint gewirkt. Und die Feuerwehr ist dann auch relativ schnell vor Ort. Feuerwehrmänner, die dringen dann durch das Haus mit Atemmasken, mit Schutzausrüstung. Die dringen bis ins Kinderzimmer vor, bis in die Kinderzimmer vor und bringen ein Kind nach dem anderen ins Freie. Aber für die meisten von ihnen kommt jetzt schon jede Hilfe zu spät. Der Rauch war einfach zu dick, zu schwer, zu dicht. Und sie konnten einfach nicht mehr atmen. Fünf der sechs Kinder werden an Ort und Stelle für tot erklärt. Sie sind an einer Rauchvergiftung verstorben. Einzig und allein der älteste Sohn, Dwayne, der klammert sich noch ans Leben und der wird auch umgehend ins nächste Krankenhaus gebracht. Okay. Okay. Das war jetzt natürlich nicht exakt das, was Mick Philpott geplant hatte. Sein Plan war, im letzten Augenblick die vorbereitete Leiter zu erklimmen und in einer wahrhaft heldenhaften Aktion alle sechs Kinder zu retten. Der tolle Nebeneffekt wäre natürlich, er ist der Held und die Brandstiftung, die sollte er dann seiner Ex-Frau, also Lisa, in die Schuhe schieben. Das wiederum soll verhindern, dass sie das Sorgerecht für die anderen fünf Kinder bekommt. Was für ein grandioser Plan. Während der älteste Sohn Dwayne jetzt im Krankenhaus um sein Leben ringt, sind die jüngeren Geschwister alle tot. Aber auch Dwayne, dem geht es nicht gut. Im Gegenteil, der schwebt in Lebensgefahr. Seine Verletzungen, die sind ernst und sie können in dem Krankenhaus, in das er gebracht worden ist, da können sie nicht behandelt werden. Er muss in eine Spezialklinik überstellt werden und die liegt ungefähr eine Stunde Fahrzeit entfernt. Also die ist jetzt nicht gerade ums Eck, aber naja, das kann man machen, eine Stunde. Die Einsatzkräfte, die bieten auch Mick und Marit an, sie dort hinzubringen, also sie könnten da mitfahren. Aber Mick, der lehnt erst mal ab. Er sagt, Beinhard, er hat am nächsten Tag einen Gerichtstermin und naja, somit kann er jetzt leider nicht ins Krankenhaus fahren. What? Echt jetzt? Er stößt dabei natürlich auf Unverständnis. Niemand weiß zu dem Zeitpunkt, zwar, dass er das Feuer selber gelegt hat, aber das ist einfach nicht die Reaktion, die man erwartet. Also eigentlich müsste er das auch wissen. Ist es ihm egal, schneidet er das nicht, wir wissen es nicht. Am Ende lassen er und seine Frau sich dann doch zu diesem Krankenhaus bringen, aber anstatt, dass er sich jetzt ans Bett von seinem Sohn setzt und dem irgendwie beisteht, da streift er durch das Krankenhaus, Mick, er lacht, er macht Witze, er baggert sogar die dort arbeitenden Krankenschwestern an, er patscht eine sogar wirklich körperlich an, also es ist wirklich, er belästigt die. Also erstens mal, wie kann er? Und was mich noch wirklich extrem nervt ist, warum tut der blöde Kerl nicht mal so, als ob? Ja, also Dwayne schafft es leider auch nicht. Nach nur drei Tagen erliegt auch er seinen schweren Verletzungen. Aber Mick und Mary, die sieht man danach in verschiedenen Lokalen, sie trinken, sie feiern, sie lachen und man sieht sie beim Shoppen. Es gibt nämlich ein Spendenkonto, auf das viele Leute einen Beitrag leisten, hauptsächlich für das Begräbnis, sie spenden also für die Beerdigung der sechs toten Kinder, aber die so gar nicht traurig wirkenden Eltern, die finden eine ganz andere Verwendung dafür. Ja, man braucht ja schließlich auch neue Klamotten. Es dauert nicht lange, dann nimmt die Polizei die Ermittlungen auf, denn natürlich ist nicht verborgen geblieben, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, es ist klar, dass da Benzin verschüttet wurde, es ist klar, das ist Brandstiftung gewesen. Und Mick ergreift seine Gelegenheit, darauf hat er gewartet, er ist nicht irgendwie von seinem Plan abgekommen, also er ist jetzt nicht irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass das vielleicht keine so gute Idee war, nein, er versucht alles Lisa, also seiner Ex, in die Schuhe zu schieben, die hat ihn verlassen und es gibt einen Sorgerechtsstreit und ja, also genau dem Plan folgen, aber auch hier geht sein Plan nicht auf, er hat das nicht abgecheckt, was Lisa an diesem Abend tun würde und die hat einfach ein bombensicheres Alibi. Die Polizei schließt sie fast augenblicklich von jedem Vertacht aus und stattdessen richten sich nun alle Blicke auf Mick und Merit Philpott. Und die drängen sich zu diesem Zeitpunkt mal wieder ins Rampenlicht. Nach ein paar Tagen in den täglichen Medienberichten lässt das öffentliche Interesse natürlich naturgemäß ab, es gibt nichts Neues zu berichten, andere Ereignisse passieren, die verdrängen den Fall langsam aus den Nachrichten und das geht Mick ziemlich gegen den Strich. Er spürt den Hauch von Ruhm und Berühmtheit wieder und den will er sich nicht entgehen lassen. Er veranlasst also eine Pressekonferenz, angeblich um neue Erkenntnisse zu erhalten, um nach dem Täter zu suchen, um sich bei allen möglichen Leuten auch zu bedanken und letzteres, das tut er dann auch sehr ausgiebig. Er bedankt sich bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei den Nachbarn, bei den Sanitätern, bei seinen älteren Kindern, also die aus früheren Beziehungen, die ihn unterstützen und für ihr Mitgefühl. Das alles klingt wie eine Danksagung bei einer Oscar-Verleihung und nicht irgendwie sinnbringend für so eine Pressekonferenz. nach Tätern und Hinweisen fragt er gar nicht, was ja eigentlich der Grund für diese Pressekonferenz gewesen wäre, aber weiß ich nicht, das vergisst er, während er so in seiner Rolle als trauernder Vater aufgeht. Und man kann sagen, die Show, die Mayred neben ihm abliefert, die ist um keinen Deut besser. Es ist einfach einfach nur offensichtlich, dass das nicht echt ist. Auch den anwesenden Polizeibeamten, denen kommt da auch einiges ziemlich komisch vor, während bei der Pressekonferenz, also bei der Aufzeichnung in diesem Saal jede Menge Krokodilstränen fließen, er sitzt da, er presst sich ein Taschentuch an die Augen, obwohl die komplett trocken sind. Hinter der Bühne allerdings, da gibt sich Mick total anders. Er ist fröhlich, er ist unbekümmert, ganz offensichtlich freut er sich auf seinen großen Auftritt. Er benimmt sich wie ein Filmstar und ganz und gar nicht, wie ein trauernder Vater. Und das gibt letztendlich den Ausschlag, dass sich die Beamten die Eltern genauer ansehen. Und was sie jetzt finden, ist Überraschung, eine Anklage und eine Verurteilung wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin. Da wird dem Polizisten natürlich einiges klar, aber naja, das ist natürlich kein Beweis für gar nichts. Sie müssen irgendwie handeln, sie müssen eine andere Lösung finden, sie müssen irgendwas finden, womit sie die Philpots überführen können. Und die Philpots, die leben zu der Zeit im Hotel. Logisch, ihr Haus ist ja abgebrannt, das ist unbewohnbar, da ist alles schwarz drinnen. Sie wohnen also in einem Hotel und die Polizei beantragt, dieses Hotelzimmer abhören zu dürfen. Die beantragen etwas vor Gericht, die Beweise sind wohl ausreichend, damit das genehmigt wird und somit werden Abhörgeräte in diesem Hotelzimmer angebracht. Und das führt tatsächlich zum Ziel. Noch am gleichen Abend hören die Beamten ein Gespräch und zwar nicht nur zwischen Mick und Merritt sondern auch Paul Mosley ist dabei. Und was die Ermittler nun hören, das verschlägt ihnen schon ziemlich die Sprache, denn diese drei sind nun dabei, ihre Geschichten aufeinander abzustimmen. Jedes Wort davon wird aufgezeichnet. Mehr noch, die Ermittler werden dann auch noch Zeugen davon, wie Mick Merritt auffordert, dem lieben Paul einen zu befriedigen, damit er motiviert ist, bei seiner Geschichte zu bleiben, aber naja, ich glaube, darauf hätten sie verzichten können, also ich hätte das können. Es reicht jedenfalls, alle drei werden verhaftet und alle drei werden wegen Totschlages angeklagt. Alle drei plädieren auf nicht schuldig. Der Prozess findet im Februar 2013 statt. Und Lisa ist bei diesem Prozess auch dabei, sie sagt gegen Mick und gegen Merritt aus und auch Heather, also die Ex-Freundin, die erst 14 war, als er mit ihr zusammen war, die inzwischen übrigens 33 ist, auch die sagt aus und beide bezeugen in Details einfach, was für eine Art von Mensch Mick Philpott ist. Von Lisas Seite bekommt natürlich auch Merritt ihr Fett weg. Sie berichten von all der Gewalt, von dem Missbrauch und generell wird sein Charakter schonungslos freigelegt. Die Aufzeichnungen aus dem Hotelzimmer tragen ihr Übriges dazu bei und die werden auch der Jury vorgespielt. Also da gibt es keinen Zweifel. Alle drei werden wegen Totschlags zu Gefängnisstrafen verurteilt. Und ja, Totschlag, weil es war ja eigentlich nicht geplant, dass die Kinder dabei sterben. Sie wollten sie ja eigentlich retten. Wobei ich finde, dass sie ja, dass die Versuche sie zu retten ja relativ kläglich bis nicht vorhanden waren. Aber gut, so will es das Gesetz. Paul und Merritt werden zu jeweils 17 Jahren Gefängnis verurteilt. Mindestens die Hälfte davon müssen sie absitzen. Mick Philpott hingegen, der erhält lebenslänglich und davon muss er mindestens 15 Jahre absitzen. Also, wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das, dass er nach 15 Jahren Bewährung ansuchen kann. kann ich mir nicht vorstellen, dass man ihn tatsächlich freilässt, aber krass wäre das schon. Also, wenn man es genau nimmt und die anderen beiden 17 Jahre im Gefängnis sind, er aber nach 15 Jahren auf Bewährung ansucht, könnte er theoretisch früher als die beiden anderen entlassen werden. Aber nein, das ist nur Theorie, denn sowohl Paul als auch Merritt, die können frühestens nach der Hälfte ihrer Strafe entlassen werden, also nach 8,5 Jahren. Und genau das passiert auch. Und das bedeutet im Klartext beide, jawohl, beide, sowohl Paul Mosley als auch Merritt Philpott sind bereits wieder auf freiem Fuß. 1,5 Jahre pro getötetes Kind haben sie abgesessen. Seit Ende 2020 dürfen die beiden wieder ein freies Leben führen. Nee. Ich will gar nichts dazu sagen. In diesem Fall wird mir echt übel vor lauter Zorn. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich anfangen sollte und ich würde wahrscheinlich nicht mehr aufhören, wenn ich anfangen sollte. Macht euch Luft in den Kommentaren. Ich wette, euch geht es nicht viel anders. Der Fall macht mich fassungslos. Wie kann sowas bei uns passieren? Oder in England passieren? Ich wette, bei uns könnte es auch passieren. Die Strafen sind lächerlich. Der macht jahrelang, jahrzehntelang, was er will. Er verprügelt, er ist gewalttätig. Dann wird er mal so drei Jahre weggesperrt, dann kommt er wieder raus, macht dort weiter. da läuft was richtig, richtig falsch. Ich bleibe dabei. Ich will nicht viel dazu sagen. Ich überlasse es euch. Ihr könnt das auch selbst beurteilen. Ihr braucht mein Urteil in diesem Fall ganz gewiss nicht. Und deshalb verabschiede ich mich einfach hier an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Vielleicht mit einem etwas leichteren Fall. Ich gucke mal, ob ich einen finde. Und dann heißt wieder To Crime Done. Wir sehen uns. Bis dann.